Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hoss und Hopf. Mein Name ist Chiara Schoss-Empur, mit dabei ist Philipp Hopf und wir grüßen euch zu einer neuen Podcast-Folge. Heute haben wir mal ein spannendes neues Format. Und zwar haben wir uns überlegt, warum suchen wir nicht einfach mal jeweils drei Tweets raus, von denen der andere nichts weiß, lesen sie vor und besprechen sie einfach. Und die Idee kam von Philipp. Gute Idee, Philipp, wie ich finde, weil wir dann wieder eine Varietät von Themen haben. Wohlgemerkt, das muss man hier ganz klar sagen, Twitter, Tweets sind oft Meinungen, nicht alles immer faktisch nehmen. Das werden wir aber auch sowieso erwähnen. Do your own research an dieser Stelle. Und das, was wir dazu äußern, sind auch unsere Meinung. So, jetzt haben wir die Packungsbeilage durch. Disclaimer, reingepackt. Philipp, soll ich anfangen oder willst du anfangen? Du fangst bitte an und ich bin gespannt. Okay, öffnen wir den ersten Tweet, den ich dir mitgebracht habe, Philipp. Du hast den auch vorliegen. Und der beschreibt ein Phänomen, das gerade sehr, sehr heiß im Kryptomarkt ist und heiß diskutiert auch im Kryptomarkt ist. Und zwar geht es um die sogenannten Meme-Coins. Und ich lese mal den Tweet vor. Der ist auf Englisch, aber ich übersetze ihn auf Deutsch. Dieser Typ kaufte Coins im Wert von 500 Dollar. An hour later, eine Stunde später, he sold for 65.000 Dollar Profit. Also in einer Stunde später 65.000 Dollar Gewinn. Probably punted and went to dinner or something, came back to a salary. Punted bedeutet sowas wie hat einfach gegambelt, gesetzt. Ist dann auf den Dinner gegangen, zum Abendessen. Ist dann zu einem Gehalt, einem Jahresgehalt zurückgekommen. This space is so crazy. Und dann ein Screenshot davon, wie er das auf so einem Tool, das heißt DexScreener, nachverfolgen kann. Wo man dann sieht, zu welchem Kurs eingekauft hat. Das ist alles auf der Blockchain, das ist nicht fake. Und verkauft hat. Also ist es wirklich so? Also das ist jetzt eine wirkliche Transaktion gewesen? Das ist jetzt eine wirkliche Transaktion. Das ist kein Fake. Und davon gibt es viele auf Twitter. Es wird viel darüber gepostet. Und ich dachte, wir gehen mal darauf ein, weil es hier zwei wichtige Betrachtungsweisen, Perspektiven zu der ganzen Situation gibt. Ich finde, die erst wichtigste Perspektive ist, und das kriegen ja auch die meisten mit, hier mal jetzt ein Chart davon eingeblendet, Narratives Top 10 Token Average Price Returns, wo man sieht, welche Kryptonarrativen am meisten prozentual in den letzten drei Monaten seit Anfang Januar performt haben. Und da sieht man Meme Coins mit so einer Linie, geraden Linie nach oben, im Vergleich zu allen anderen Narrativen bei Krypto Coins. Und da sind jetzt die ganzen Erwartungen und Hoffnungen von allen Marktteilnehmern, oh, Meme Coins ist das neue Ding, mit Meme Coins werde ich reich. Ich mache jetzt wie dieser Typ 100 Dollar rein und habe dann plötzlich 60.000 oder 120.000. Das erst wichtigste zu beachten ist, obwohl diese Linie einfach so nach oben geht, ich habe es mit meinen eigenen Augen jetzt in letzter Zeit immer wieder und immer wieder mitbeobachtet, Meme Coins, die Kurzlebigkeit von Hypes im Meme Coin Trend ist so gering, wie es im Kryptomarkt eigentlich vorher noch nie war. Du hast teilweise Meme Coins, die aus dem Nichts kommen, in zwölf Stunden eine Milliarden Dollar Marktkapitalisierung erreichen und dann zwei Tage später bei Null sind oder einen Tag später bei Null sind oder vielleicht sogar wenige Stunden später bei Null sind. Das heißt, das passiert innerhalb von einem 24-Stunden-Zyklus teilweise mit Meme Coins. Es ist ein reines Pump and Dump. Genau, schön, dass du das sagst. Und es ist, da fällt auch oft der Vergleich mit der Bombe, die die Hände wechselt, ehe sie hochgeht. Und man versucht einfach nur so schnell wie möglich, wie bei jedem, teilweise Ponzi-Scheme, bei jedem Schneeballsystem, einfach nur schnell so lange reingegangen zu sein, bevor die Bombe hochgeht. Man weiß schon, dass die Bombe hochgeht, aber man will nicht der Verlierer sein und zwischendurch noch schnell Gewinne machen. Und das hat mit Investieren rein gar nichts zu tun. Und das, finde ich, ist erstmal die wichtigste Note, die man fassen muss. Meme Coin Trading hat mit Investieren rein gar nichts zu tun. Es ist reines Gambling. Keiner hat einen Edge, keiner hat einen Vorteil. Es gibt keinen Marktvorteil. Es ist reine Spekulation. Ja gut, also Kian, gibt es nicht Insider, die den Markt, also im Penny-Stock-Markt, daher kommt ja der Begriff Pump-It-Dum-Skin, die Insider pumpen. Die haben als erstes ihre Anteile gekauft für Pennies, pumpen den Markt nach oben. Früher hat man das gemacht. Alle kennen es aus dem Film Wolf of Wall Street mit Leonardo DiCaprio. Er hatte dann sein Callcenter da. Die haben den Leuten gesagt, kauf, kauf, kauf diese ganzen Mini-Aktien, die einen super kleinen Float hatten. Dadurch ist der Preis nach oben katapultiert worden. Und dann haben die Insider ihre Anteile, die sie, sagen wir jetzt mal, für einen Cent gekauft haben, die sie danach für zwei Dollar verkauft haben. Dann gab es diesen Pump, der eben durch diesen Hype damals am Telefon durch Callcenter ausgelöst worden ist. Dann wurde er gedumpt. Sie haben ihre Anteile reingehauen. Und dann ist alles wie eine Kaskade zusammengefallen. Diese Leute muss es ja da im Meme-Coin-Sektor auch geben. Genau, im Meme-Coin-Sektor ist eigentlich fast alles Insider oder Scam oder reines Glücksspiel. Es gibt kein Edge. Es gibt vielleicht ein, zwei Coins, wo man sagen könnte, basierend auf dem, wie das Meme ausgelegt ist, hat es Hype-Potenzial. Und das habe ich so geahnt, weil dann in Zukunft mehr Leute auf dieses Meme aufspringen und es populärer wird. Aber auch das ist meiner Meinung nach absoluter Bullshit. Und das, was bei den Meme-Coins aktuell passiert, auch wenn man diese gerade Linie nach oben gehen sieht, heißt nicht, dass man einfach jeden Meme-Coin kaufen kann, einen Meme-Coin kaufen kann und alles geht nach oben, sondern es heißt, dass man zu 99,9% alles verlieren wird, wenn man nicht genau in diesem 4-Stunden-Zeitfenster ein- und auszahlt, indem es beispielsweise diese einzelnen Gewinner wahrscheinlich zum größten Teil auch Insider gemacht haben. Und da setzt auch ein andere, darüber haben wir schon beim Podcast gesprochen, eine kognitive Verzerrung im Gehirn des Menschen ein, wenn man diese Screenshots auf Twitter sieht, von Einzelfällen. Und zwar, das nennt sich Survivorship Bias. Das ist, wenn man die Wahrscheinlichkeit eines Erfolges systematisch überschätzt, weil man die erfolgreichen Personen oder stärker positiven Zustände eher sieht, als die nicht erfolgreichen. Für jeden, der hier 65.000 Dollar aus 500 Dollar gemacht hat, haben 130 Leute 500 Dollar verloren. Das Geld kommt ja nicht aus dem Nichts, es wird von jemand anderem genommen. Und das vergessen, das verblenden die meisten völlig und realisieren gar nicht, dass erstens das meiste im Meme-Coin-Trading wie so eine heiße Bombe, die hin und her fliegt ist, die hochgeht in so einer kurzen Zeit, dass es rein gar nichts mehr mit Timing, Abschätzen, Analysieren zu tun hat, sondern reines Gambling, reines Glücksspiel. Und zum anderen, dass man nur die erfolgreichen, also nur die Erfolge auf Twitter zu sehen bekommt, die kriegen dann große Reichweiten, 300.000, aber die machen den kleinsten Anteil aus der Realität. Ja, Leute, Finger weg davon, wir hatten das ja in unserem letzten Podcast zum Thema OnlyFans, falls ihr den noch nicht gesehen habt, ich fand, der war super spannend, schaut euch den an. Da sind wir auch die Liste durchgegangen, der weltweit höchsten Earner bei OnlyFans, es sind glaube ich acht, acht von den zehn Top-Earner sind Frauen. Und da hängen sich alle drauf auf, dass eine Black China oder wie sie alle heißen, diese meistens Rapper und Models, Erotikmodels, die ihre Körper gegen Geld verkaufen, auf OnlyFans, dass die dann 15, 15 Millionen Dollar im Monat teilweise verdienen. Aber es gibt eben Millionen, und zwar viele Millionen andere, die verdienen gar nichts. Und das ist ja da auch so, das ist, um das Thema abzurunden, Leute, investiert klug, dafür habt ihr zwei interessante Kanäle hier, die sich mit Krypto beschäftigen, wer sich mit Krypto beschäftigen möchte. Und da gehen wir nicht über irgendwelche Meme-Coins durch, sondern einfach Titel, die Bestand haben, die eine riesige Marktkapitalisierung haben, die interessant sind und alles andere, ist und war in diesem Space auch schon immer reine Abzocke. Gut, Philipp, dann bin ich gespannt, was dein erster Tweet ist. On to the next one. Mache ihn auf. Es ist ein Tweet von Naib Bukele. Naib Bukele ist der Präsident von El Salvador. Er ist nicht nur irgendein Präsident von einem südamerikanischen Land, sondern er ist aktuell laut Umfragen der populärste demokratisch gewählte Politiker auf unserem Planeten. Naib Bukele bekommt Beliebtheitsraten zwischen 80 und 92 Prozent. Das ist weltweit am allerhöchsten. So hoch, dass sogar welche sagen, er würde der erste demokratisch gewählte Diktator werden, weil die Leute ihm Rechte gewähren wollen, die ihm autoritäres Recht in seinem Land El Salvador geben wollen, weil er aber so viele extrem gute Entscheidungen getroffen hat, die ein Land, das ehemals die höchste Mordrate der Welt hatte, in El Salvador extrem sicher gemacht hat, wer sich aktuell informiert, was dort abgeht. Das ist wirklich super, super interessant und spannend, was er umgesetzt hat. Er hat also eine der gefährlichsten Gangs, MS-13, die Mara Salvatrucha, die stammt ja eigentlich aus El Salvador, die ist dann auch nach Amerika rüber geschwappt, weil El Salvadorianer eben dort emigriert sind. Extrem gefährliches Land, massive Wirtschaftsprobleme hat er nach vorne gebracht, hat die ganzen Leute von der Straße weggeholt, die Gangmitglieder hat sie wirklich hart über 80.000 Leute festnehmen lassen, in den Knast reingesteckt und seitdem ist einfach Ruhe. Und die Leute jubeln, weil sie sagen, wir können endlich wieder durchatmen, wir werden nicht auf der Straße erschossen. Und er macht jetzt verschiedene Schritte gerade, um sein Land nach vorne zu bringen. Der erste Schritt war, um der Kriminalität Herr zu werden und einer der nächsten Schritte lesen wir jetzt mal vor, was er hier schreibt. We are offering 5.000 free passports equivalent to 5 billion in our passport program to highly skilled scientists, engineers, doctors, artists and philosophers from abroad. Ich übersetze das gerade mal auf Deutsch. Wir bieten hochqualifizierten Wissenschaftlern, Ingenieuren, Ärzten, Künstlern und Philosophen aus dem Ausland 5000 kostenlose Reisepässe im Wert von 5 Milliarden US-Dollar unseres Passprogramms an. Dies entspricht weniger als 0,1% unserer Bevölkerung, sodass es kein Problem darstellt, ihnen den vollen Bürgerstatus einschließlich des Wahlrechts zu gewähren. Die Leute bekommen also Bürgerstatus und Wahlrecht ähnlich das, was sie in Deutschland machen wollen, bloß halt mit komplett unqualifizierten Leuten Masseneinwanderung möglichst schnell den Pass zu geben, möglichst schnell Wahlrecht zu geben. Also, dass Leute, die dann noch nicht mal richtig unsere Sprache sprechen, das bekommen sollen. Hier geht es darum, dass hochgebildete Leute, 5000 an der Zahl, insgesamt aber nur 0,1% der Bevölkerung, das bekommen sollen. Es geht noch weiter. Auch wenn ihre Zahl gering ist, werden ihre Beiträge enorme Auswirkungen auf unsere Gesellschaft und die Zukunft unseres Landes haben. Darüber hinaus erleichtern wir ihnen den Umzug, indem wir 0% Steuern und Zölle auf den Umzug von Familien und Vermögenswerten gewährleisten. Dies umfasst Gegenstände mit kommerziellen Werten wie Ausrüstung, Software und geistiges Eigentum. Bleiben Sie dran für weitere Details. So, warum habe ich diesen Post hier gebracht? Weil ich finde, das ist ein Vorzeigebeispiel für gelungene Migration bzw. Immigration ist, dass ich also, wenn ich sage, ich will Leute vom Ausland, dann sollte ich, und eigentlich ist das doch selbstverständlich, dann sollte ich schauen, dass das unisono, also im Ganzen grundsätzlich Leute sind, die das Land, damit die Bürger und die Wirtschaft des Landes voranbringen. Ich will also hochqualifizierten Zuzug aus dem Ausland haben, wie er es hier schon sagt, von unterschiedlichsten Spezialisten wie Ingenieuren, Ärzten, Künstlern, Philosophen und so weiter. So, Kian, was sagst du? Also ich finde erstmal diese Zahl, 5 Milliarden Dollar für 5000 Passports interessant. Wie kommt er auf diese Zahl? Habe ich mir auch gedacht. Das ist so wie ein Pass in El Salvador wert, da habe ich direkt mal nebenbei nachgeschaut. Passport Index, was für eine Stärke, auf welchem Rang ist der Pass von El Salvador global? Und hier steht erst Rang 32, also gar nicht so schlecht. Ich sehe hier die Länder in grün. Europa kann man wohl Visa-free oder 90-Tage-Visa größtenteils verreisen, Amerika nicht. Also ein Pass, der wohl für viele Leute Sinn macht, die nicht aus Deutschland kommen oder einem westlichen Land kommen, wo sie einfach frei in viele Länder reisen können. Also ich muss sagen, ich finde das auch gut. Ich finde grundsätzlich, sehe ich es ähnlich. Ich muss natürlich sagen, oder man muss natürlich festhalten, El Salvador, viel kleiner, wie viele Einwohner haben die? 6 Millionen im Vergleich zu Deutschland. 6 bis 9 Millionen. Der BIP ist natürlich auch nichts im Vergleich zu dem von Deutschland. Also die müssen sich erst recht darum kümmern, dass sie keine Probleme bekommen mit zu viel, in Anführungsstrichen, Sozialabgaben. Da ist Deutschland in einer besseren Situation. Aber ich finde grundsätzlich auch in Deutschland, egal wer nach Deutschland kommt, um ein besseres Leben für sich selber und seine Familie zu haben, sollte ein Mehrwert zur Gesellschaft beitragen und sollte auch positiv der Gesellschaft gestimmt sein und nicht negativ. Also man sollte nicht herkommen und das Ganze negativ betrachten und sagen, ich nutze es nur aus und will mich auch gar nicht anpassen und sogar die deutsche Kultur negativ betrachten, sondern man sollte herkommen, dankbar sein, sich einleben in das, was einem das Land bietet und dann eben auch ein Mehrwert dazu beitragen. Und ich finde, das sollte auch in Deutschland passieren, aber ich glaube, diese Meinung vertreten viele Leute. Aber ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Deutschland so ein Programm direkt von oben, von der Spitze runter, das gibt es ja auch ähnlich hier in Dubai. Da gibt es das sogenannte Golden Visa auch für highly skilled, also auch für hochqualifizierte Leute aus Wissenschaft, Ingenieure, Ärzte und so weiter. Schade, dass es so etwas in Deutschland nicht so richtig gibt beziehungsweise schade, dass man vielleicht erst mal dafür sorgen sollte, dass die Leute, die ausgewandert sind, die Deutschen, die hochqualifiziert sind, dass die nicht auswandern und zurückkommen, ehe man in die Richtung gucken sollte. Ja, ich finde, vielleicht mal hier ein Statement von mir, nur sein Glück zu suchen, weil man es im eigenen Land oder in seinem eigenen Leben nicht geschafft hat, erfolgreich zu werden, jetzt in ein Land zu gehen, wo man denkt, man hat mehr Chancen. Das alleine zählt für mich nicht als Grund einzuwandern, warum ich sagen würde, ach du hier aus XY, du suchst dein Glück, woanders komm herein. Wir messen deinen Puls. Da gibt es ja, wenn du dich erinnerst, ich weiß nicht, ob du die Serie früh gesehen hast, bei Netflix Narcos. Da ging es damals so um die mexikanischen Kortelle und davor um Pablo Escobar. Auf jeden Fall, da gab es mal eine Szene, ich erinnere mich noch sehr gut daran, da ist die Familie ganz am Ende von Pablo Escobar, an der Ende seiner Jagd, ist die Familie nach Deutschland geflüchtet und sie wurden dann aber in Deutschland an der Grenze aufgehalten, weil man herausgefunden hat, wer sie sind, die hatten massiv Bargeld dabei und so weiter. Auf jeden Fall, damals hatte der, in der Serie, der Polizist, der diese ganze Szene erklärt hat, hatte gesagt, in Deutschland geben sie allen einen Pass, die einen Puls haben oder in Deutschland braucht es nur einen Puls, damit du einen deutschen Pass bekommst. Und das ist, wie gesagt, da sprechen wir, ich glaube, das waren die 80er Jahre, wenn ich mich nicht täusche, also damals schon war Deutschland extrem lax darin, welche Leute sie ins Land reinlassen. Es reicht für mich nicht, einfach nur den Wunsch zu haben, woanders hinzukommen. Wenn ich ein Land habe, dann will ich, dass die Bürger des Landes und das Land im Ganzen, das muss meine Verantwortung sein als Politiker, dass die vorankommen, dass es der Gesamtgesellschaft nachher besser geht als vorher, so wie ich auch als Mensch danach strebe, dass es mir besser geht als gestern oder besser als nächstes Jahr. Wir streben danach, weiterzukommen. Und deswegen sollte es eigentlich mandatory sein, dass gerade in Deutschland, wo wir ein Land sind, wo Schwerindustrie noch da ist, dass wir schauen, okay, wir holen uns genau die Fachkräfte, von denen man immer redet, die Fachkräfte ins Land, die wir auch wirklich brauchen. Und die Leute, die einfach nur da sind und Analphabeten sind als Beispiel, die null Bildung haben, die also auch null zuträglich sind für die Gesellschaft, die wollen wir da auch nicht. Und das ist ein völlig normaler, legitimer Gedanke und legitime Äußerung, die man treffen kann, die in vielen anderen Ländern auch so umgesetzt wird. Und ich finde, das ist sehr gut, dass man den Anreiz bietet, Passport, Null Prozent Steuern, um solche Leute anzulocken in sein Land, die dann wiederum die Gesamtgesellschaft und die Wirtschaft nach vorne bringen. Ich muss sagen, also ich sehe das ein bisschen anders. Ich habe kein Problem oder hätte kein Problem damit, wenn Menschen in ein Land gehen, weil es ihnen mehr Möglichkeiten bietet, sich weiterzubilden und auch einen Mehrwert fürs Land zu bringen. Ich finde, es sollte dann aber einfach vernünftig getrackt werden. Also ich finde, dass dann gegen Kriminalität direkt Maßnahmen ausgeführt werden sollten und dass Menschen, die herkommen und den Sozialstaat ausnutzen, aber nichts dazu beitragen, auch direkt wieder zurückgehen sollten. Aber jeder, der in ein westliches Land kommt, weil es ihm nicht die Möglichkeiten bietet, in seinem Heimatland, das zu erreichen überhaupt, auch an Bildung, was er dort braucht, um überhaupt etwas für seine Familie und sich zu ermöglichen, das finde ich nicht verwerflich. Ich sehe es eher verwerflich, dass wenn Leute herkommen und das Ganze ausnutzen, negativ betrachten und nichts am Ende dazu beitragen und dann auch noch den Pass kriegen plus Ansprüche auf irgendwelche sozialen Leistungen. Also ich, I see your point, aber wenn ich das Ganze mal vergleiche, wenn ich sage, das ist mein Haus, also ich wohne mit anderen Leuten in deinem Haus, wir sind in diesem Haus geboren, das ist unser Haus und jetzt kommt jemand rein und sagt, mir geht es in meinem Haus nicht so gut, dort fühle ich mich nicht wohl, ich will in dein Haus reinkommen. Dann würde ich nicht sagen, okay, du kommst jetzt in mein Haus, weil in deinem Haus geht es dir nicht so gut, sondern würde ich mindestens sagen, entweder ich würde sagen, nee, im Zweifelsfall, wir sind genügend Leute in diesem Haus, wir brauchen keine anderen mehr, sorry, bleib in deinem Haus oder such dir ein anderes Haus, wo du aufgenommen wirst oder aber ich würde sagen, welchen Mehrwert kannst du unserer Gemeinschaft bieten, damit wir als Gemeinschaft insgesamt weiter vorankommen und wenn du diesen Mehrwert klar darlegen kannst, das wäre deine Eintrittskarte und danach beweisen kannst, dass du diesen Mehrwert auch wirklich lieferst, dass du uns alle als Gemeinschaft stärker machst, dann kannst du auch bleiben. Das wäre meine Ansicht. Ich verstehe die Ansicht, vor allem wenn man sagt, das Haus ist jetzt komplett voll, wohlgemerkt, das ist vielleicht ein Zustand, bei dem Deutschland jetzt aktuell ist, aber Deutschland ist ja grundsätzlich jetzt aktuell sogar drittgrößte BIP global, also eigentlich ein sehr reiches Land. Der Zustand, in den es jetzt geraten ist, war ja ein anderer, als er vor zehn Jahren oder 20 Jahren war und wenn das Haus, wenn du das drittreichste und größte Haus hast und du hast ordentlich Platz, dann kannst du ja Leuten basierend auf, hey, die kommen rein, die bilden sich weiter und die bieten dann langfristig einen Mehrwert in meinem Land, kannst du die auf jeden Fall reinlassen, ohne das im Vorhinein zu wissen, weil da gibt es einfach viele Personen, die haben in ihrem Land nicht die Möglichkeiten, sich so sehr auszubilden, aber du solltest dann eben stark überprüfen, ob das wirklich passiert oder ob es in eine negative Richtung geht und das in dem Ausmaß, in dem du es machen kannst, wenn das dann ein Ausmaß überschreitet, wo du Leute reinlässt und du kannst es gar nicht nachverfolgen und du willst es auch gar nicht nachverfolgen, ob die wirklich einen Mehrwert dazu leisten, dann sehe ich es auch kritisch. Vorher sehe ich es eher unkritisch. Alright. Okay, also kommen wir zum nächsten Tweet. Du bist wieder dran. So, der nächste Tweet, den ich mitgebracht habe, ist von Sahil Blum. One powerful thought for the day. Ein kraftvoller Gedanke für den Tag. Und zwar hat er hier so ein Bild eingeblendet. You're one good decision away. Und ich lese es direkt mal auf Deutsch vor. Man ist eine gute Entscheidung entfernt. Das Schöne am Leben ist, dass man egal, wo man sich heute befindet, egal wie tief man in der Dunkelheit steckt, immer nur eine gute Entscheidung davon entfernt ist, morgen an einem besseren Ort zu sein. Mach dir keine Gedanken über die hunderten und tausenden Entscheidungen, die du noch treffen musst, um dort hin zu gelangen, wo du sein willst. Konzentrier dich einfach nur auf die nächste Entscheidung. Und das, finde ich, ist wirklich etwas. Vor allem Personen, die das Gefühl haben, sie befinden sich aktuell in einem Loch. Negativ. Sie wissen nicht, wie sie rauskommen. Sie wollen Fitness durchziehen. Sie wollen ihre Karriere, ihre persönliche Entwicklung durchziehen. Ihre Arbeit durchziehen. Sie haben große Ziele und wollen da hinkommen. Und das Gefühl haben, es ist alles zu viel, jetzt da hinzukommen. Sie wissen nicht, wo sie anfangen sollen. Eine einzige gute Entscheidung baut auf alles andere im Nachgang auf. Und vielleicht für die Leute nochmal, einfach mal so ein Zusatztipp. Für jeden, der das Gefühl hat, er ist stuck, also er ist in einem Loch oder er steckt fest und kriegt es nicht hin, positiv seine Ziele durchzuziehen. Stehe eine Woche lang, jeden Tag, um sieben Uhr auf. Das Erste, was du machst, ist trainieren oder sportlich dich bewegen für eine Stunde. Bleib den ganzen Tag wach, geh deine Aufgaben durch und schaue, was das mit dir macht. Oftmals sind es wirklich die einfachsten, kleinsten Veränderungen, die dann so einen positiven Impuls in eine positive Richtung auswerfen. Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ich denke für Leute auch, die immer, die vielleicht in einer Negativspirale sind und da nichts rausziehen. Ich habe erst, hat mir jemand geschrieben, hat gesagt, was soll ich machen? Er wäre, er hat eigentlich diese ganzen, er will so viel aus seinem Leben machen, aber er ist Gaming-süchtig. Ja, also er sitzt irgendwie vor einem Computer oder sonst irgendeinem Device und zockt die ganze Zeit. Was kann man machen? Man kann mal anfangen mit einer kleinen Entscheidung, sich aus dem ersten kleinen Loch, sage ich mal, rauszuholen. Oder anders, wenn man sich das bildlich vielleicht vorstellen möchte, eine Entscheidung treffen, die in eine andere Richtung geht. Nicht jetzt gleich, wieder auf den Bildschirm schauen, obwohl man ein schlechtes Gewissen hat. Man zockt und man weiß, man fühlt sich schlecht dabei. Das ist ungefähr so, ich vergleiche das immer mit, wenn einer ein Raucher ist und der raucht einfach sehr, sehr gerne und der steht dazu und der schämt sich nicht und der fühlt sich gut dabei, dann sage ich, Chapeau, mach dein Ding, whatever. ist deine Sache, solange du nicht jemand anderen damit belästigst. Aber bei den meisten ist es ja so, innerlich wissen sie, dass sie etwas tun, was ihrer eigenen Gesundheit mehr oder minder massiv schadet, langfristig auf jeden Fall und sie tun es trotzdem. Das heißt, sie genießen es noch nicht mal, was sie tun. Ich kann mir vorstellen, bei jemandem, der zockt und ein Compulsive Gambler ist, also der die ganze Zeit zocken muss, der fühlt sich ja überhaupt nicht gut dabei, ist wie einer, der Drogen konsumiert und man denkt dann irgendwie, ah, der hat so einen tollen Rausch. Ja, nee, den hat er nicht, weil er schämt sich und er hasst sich selbst dafür, während er das konsumiert. Das heißt also, er macht es und er fühlt sich noch scheiße dabei. Das ist ja quasi, zeigt die doppelte Sinnlosigkeit der ganzen Sache, ja. Und um sich da rauszuholen, hole dich raus mit kleinen Entscheidungen, die für dich gehen. Das heißt also, wenn du jetzt mal sagst, ich könnte jetzt das gerade, aber nein, ich konzentriere mich jetzt und schreibe mir mal eine gute Sache auf, die ich heute erledigen möchte, mit einer einzigen Sache pro Tag. Keine Zehnerliste, wenn ich die nicht erreiche, dass ich dann sage, Scheiße, war ein schlechter Tag, sondern eine einzige Sache pro Tag, wie du sagst, die ich normalerweise sonst nicht mache und die mache ich jetzt und dann erlaube ich mir auch zu zocken als Beispiel. Dann alleine schon hast du das kleine Pflänzchen deines Selbstbewusstseins schon ein bisschen mehr Platz gegeben zu wachsen. Genau, sehe ich auch absolut so. Gut, Philipp, dein nächster Tweet. Ich bin gespannt. All right. So, vorher hatten wir ja Naib Bukele, jetzt haben wir Henning Rosenbusch. Ich finde das wieder was Politisches, aber ich finde das erstaunlich, was wir hier lesen dürfen. Die Märkische Allgemeine schreibt hier, Oranienburger Stadtwerke offenbaren gravierende Engpässe in der zukünftigen Stromversorgung. Okay, und was bedeutet das genau? Was wird hier geschrieben? Um das Stromnetz in Oranienburg weiter stabil zu halten, können die Stadtwerke ab sofort keine Neuanmeldungen oder Leistungserhöhungen von Haushaltsanschlüssen mehr genehmigen. Dies betrifft beispielsweise den Anschluss von Wärmepunkten und Ladeinfrastruktur. Auch neue Gewerbe- und Industrieflächen können derzeit nicht an das Netz angeschlossen und mit Strom beliefert werden. Also genau das, was doch eigentlich die Politik, die diese Zustände hier, nämlich dass wir eine miserable Energieversorgung haben, überhaupt hervorgerufen haben, das wurde durch die Politik hervorgerufen, haben gefordert, dass wir uns jetzt alle Wärmepumpen holen sollen, unter massiven finanziellen Aufwand für die ohnehin stark belastete Bevölkerung. Gleichzeitig haben sie gesagt, sie stellen sich vor, für die Zukunft unsere Gesellschaft zu elektrifizieren. Wir sollen am besten alle unsere Verbrennermotoren hinter uns lassen und umsteigen auf Elektrofahrzeuge. Jetzt wiederum sagen die Stadtwerke, welche die Energie versorgen sollen, um die Ziele dieser Regierung umzusetzen, dass wir a. keine neue Wärmepumpen anschließen können, hier in Oranienburg, weil dafür nicht genügend Strom da ist, b. keine neue Ladestation, weil dafür nicht genügend Strom da ist, um diese Elektrofahrzeuge dann zu laden und das neue Industrie, die wir so dringend brauchen, wir hatten es ja vorher gesagt, am Beispiel von El Salvador, wie Industrie und Know-how angezogen wird, in denen man ihnen Incentives, Vorteile liefert. Das sagen sie jetzt auch, können wir nicht mehr annehmen, ab sofort ist Schluss, es ist nicht mehr genügend Infrastruktur da. Ich finde, das ist sehr bezeichnend für das, was aktuell, was die Energiekrise in Deutschland angeht, was hier so läuft. Interessant, das ist natürlich etwas, was einen dann von Wachstum auch abhindert. Du hast keine neue Gewerbe- oder Industrieflächen, die auch nicht ans Netz angeschlossen werden können, das heißt, da kann gar nichts mehr wachsen in dem Zeitraum. Wir haben ja schon mal eine Folge darüber gemacht, lang und ausführlich, in Sachen deutsche Wirtschaft und uns ist dabei klar geworden, beziehungsweise das sollte jedem klar sein, wie stark die deutsche Industrie abhängig ist von günstigem Strom. Vor allem dann, wenn es gar nicht mehr geliefert werden kann, dann wird es sehr kritisch und das war ja dann ein Zusammenkommen aus langer, mehrjähriger, schlechter Politik, auch in Sachen Atomkraftwerke oder Atomenergie, die abgeschaltet wird. Dann macht man sich abhängig von einem großen Player Russland und dann kappt man den auch, obwohl man selber nicht in einem Krieg mit ihm steht. Ja, also es sind viele, viele Fehlentscheidungen über die Jahre hinweg gewesen, die dann zu so einer Situation jetzt hier führen. Da würde ich gar nicht mal so sehr die aktuelle Regierung ausschließlich für verantwortlich machen, sondern es ist ein Zusammenkommen der letzten zehn, vielleicht 15 Jahre. Korrekt, aber, und ich bin immer dabei zu sagen, unter Merkel wurden extrem viele Fehler gemacht. Ganz klar, Atomausstieg unter Merkel geschehen, aber, aber, wenn ich sehe, dass die Lage immer prekärer wird, dann habe ich die Möglichkeit, wenn ich mich aktuell an der Macht befinde, zu sagen, okay, wir setzen jetzt alle Hebel in Bewegung, die es gibt und wir stemmen uns dagegen und wir schaffen uns eine bessere Zukunft. Und genau das Gegenteil von dem haben sie gemacht. Ja, sie haben die Situation noch mehr verschärft. Wir sprechen ja aktuell darüber, Energiesicherheit, Russland, eine Situation. Die andere wäre, wenn wir schon so einen tollkühnen Move machen, uns selbst ins Bein zu schießen, dass wir dann sagen, okay, alles klar, machen wir, wir sanktionieren Russland hart, aber jetzt haben wir eine neue Situation und wir lassen alle Atomkraftwerke am Strom dran, die laufen auf Höchstleistungen, um die Energiesicherheit unseres Landes weiter zu gewährleisten. Was haben sie gemacht? Nee, sie haben gesagt, das reicht noch nicht. Sich zu schwächen durch Russland reicht nicht. Wir schalten gleichzeitig die Atomkraftwerke, die letzten, die wir noch hatten hier in Deutschland, schalten wir ab, um unsere Situation noch zu verschlimmern. Und das ist die aktuelle Regierung. Das ist die faktisch. Sie haben diese Entscheidungen getroffen. Und hier noch ganz kurz in diesem Artikel, um sich mal klar zu machen, wie lange das dauert. Ist jetzt nicht irgendwie in einem halben Jahr behoben. Im Artikel steht, die Behebung der Stromzwangslimitierung dauert laut Artikel schlappe vier bis fünf Jahre. Vier bis fünf Jahre, dass hier nichts weiter geht. Dass man sich an die neue Energiewende, die ja scheinbar so durchdacht ist, wo man sagen sollte, okay, Wärmepumpen macht jetzt alle hier. Habeck hat es ja vorgegeben. Alle Wärme, nee, geht jetzt nicht. Weil der Strom, wo ihr dafür gesorgt habt, dass wir ihn nicht haben, der ist jetzt so limitiert, dass nichts Neues mehr gebaut hat. Das heißt, ein ganzer Bezirk, und das ist ja symptomatisch für andere Teile Deutschlands auch, wird daran gehindert, weiter nach vorne zu kommen. Du bist dran mit dem nächsten Post. Gut, dann mein nächster Tweet an dieser Stelle. Und zwar handelt er sich um künstliche Intelligenz. Ich lese mal vor. It's over. Also es ist vorbei. Und das ist die aktuelle Generation LLMs, also Large Language Models, KIs, GPT-4. Unser Ansatz löste 67 GitHub-Probleme in jeweils weniger als 10 Minuten, während die Entwickler im Durchschnitt mehr als 2,7 Tage brauchten. Und daneben ein paar Screenshots zu dem Ganzen. Und da geht es um ein Quote-Tweet zu einem sogenannten Tool, das heißt AutoCodeRover. Und diese AutoCodeRover ist eine autonome Softwareentwickler-KI, die bei GitHub Bugs, also Probleme nimmt, und versucht, diese zu beheben. Und das, finde ich, ist schon echt krass. Also im Verhältnis zu menschlichen Entwicklern, die 2,7 Tage pro Problem gebraucht haben, hat diese KI 10 Minuten pro Problem gebraucht. Da sieht man wieder, wie schnell die Entwicklung der KI zunimmt eigentlich in wirklich greifbaren Aspekten auch. Weil ich habe das Gefühl, viele Leute, die die KI nicht täglich verwenden für, weiß ich nicht, Texte schreiben, E-Mails und so weiter oder Entwicklung, die empfinden das gar nicht als so richtig greifbar, was eigentlich gerade im Hintergrund mit unserer Welt passiert durch KI. Und das reflektiert sich zwar zum einen Teil im Aktienmarkt, man sieht NVIDIA, absolut astronomischer Aufstieg wegen den Grafikkarten für das Training der KI-Systeme, aber die meisten Menschen kriegen es gar nicht mit. Wie siehst du das, Kriegst du das in dem Ausmaß mit? Nicht so wie du, aber, also ich, wenn ich jetzt nur als Person spreche, weil ich da nicht so tief drin bin in diesem Thema, du nutzt es ja viel stärker, aber unsere IT-Abteilung in der HKCM, die befassen sich sehr intensiv damit. Ich werde Ihnen auch diesen Tweet jetzt gleich mal weiterleiten. Das ist nämlich, wir haben ja selber immer quasi unsere eigene Datei nur an offenen Problemen gerade und ich glaube, die sind dieses Jahr alleine sind wir bei tausend, also ich habe es vor ein paar Tagen gesehen, 1747 gelöste IT-Probleme, die wir hatten, aber da sitzen Programmierer, das müsste man mal auch die Zahl durchgeben lassen, sitzen die teilweise tagelang da und wir haben sieben Leute, die sich nur darum kümmern und das ist schon unglaublich, wenn man das sieht. Da sprechen wir ja nicht, früher waren Verbesserungen vielleicht, wenn du irgendwie eine Verbesserung gehabt hast, dann hättest du es von 2,77 Tagen auf 2,4 Tage. Das wäre langfristig schon eine krasse Verbesserung und hier sprechen wir ja wirklich, wir sprechen von 10 Minuten zu 2,77 Tagen. Das ist so, das ist für das menschliche, also das ist für mich gar nicht greifbar, wie viel dominanter das ist und was da heranrauscht an uns. Ich denke auch die Programmierbranche mittelfristig, die menschliche obszolid machen wird. Absolut. Da hatte ja auch der Nvidia CEO oder ich glaube der Intel CEO gesagt, dass Programmieren in Zukunft natürliche Sprache sein wird. Das alleine bedeutet, dass du Anweisungen gibst, aber das ganze Programmieren im Hintergrund über die KI übernommen wird und das in einer Welt, die immer zunehmender digital wird, das ist schon extrem mächtig und ich glaube, es wird einen Moment geben, bei dem das noch viel offensichtlicher wird für alle Leute. Ich glaube, da sind wir vielleicht ein paar Jahre noch von entfernt, vielleicht zwei Jahre, drei Jahre, aber dann wird es sehr plötzlich sein. Ähnlich wie sehr plötzlich ChatGPT rausgekommen ist und alle plötzlich gemerkt haben, oh, Moment mal, das ändert ja alles in Sachen Texte schreiben oder ja, eine Kommunikation ausführen mit einer KI und ich glaube, so einen Moment wird es in den nächsten zwei, drei Jahren aber mehr auf real anwendbare Dinge geben für die meisten Menschen. So, Philipp, dein nächster Tweet. Interessanter Post, danke auf jeden Fall. Wie gesagt, der geht jetzt gleich weiter. Mein nächster Tweet ist von Jesse Cohen und er schreibt hier 30 Good Habits for Happiness. Also 30 gute Angewohnheiten, um glücklich zu sein. Ich gehe noch weiter, das macht nicht nur glücklich, das hebt das Selbstbewusstsein an, das macht dich erfolgreicher, das ist eine Vielfalt von Dingen, die es tut und ich möchte mal mit dir diese 30 Punkte durchgehen und einfach mal nur jeweils kurz besprechen, machen wir das oder nicht. Ganz ehrlich, okay? Also, wir blenden es jetzt mal ein. Ich sehe es. Ich fange mal an. Erstens, get out of bed quickly. Bin ich absolut schuldig und ist meine große Schwäche, ich bin, das ist jetzt keine Ausrede, ist einfach so, seit meiner Kindheit, du musst mich morgens leider aus dem Bett prügeln. Sobald ich aus dem Bett raus bin, dann läuft es auch, aber bis ich mal aus dem Bett raus bin, ist meine große Schwäche, halte ich das ein? Nein. Bei mir ist es so, früh aus dem Bett zu kommen, also du wachst auf und du stehst direkt auf, startest in den Tag, ist eines der wichtigsten Dinge, damit ich meine Routinen und meinen Tag durchziehe, aber auch ich bin hier schuldig, ich mache das immer phasenweise mehr, phasenweise weniger, jetzt aktuell eher phasenweise weniger, da bleibe ich auch noch länger im Bett liegen, bin auch noch kurz am Handy, was man vermeiden sollte, aber ich merke es auch komplett in meiner Laune. Die Laune ist viel besser, wenn du direkt aus dem Bett rausspringst. Also, ganz, ganz klar sehe ich genauso. Jo. Okay, second point. Jetzt werden wir hier gegenseitig durchleuchtet. Nummer zwei, get up early enough to give yourself enough time, also stehe früh genügend auf, um genügend Zeit zu haben. To get ready calmly, also um, um entspannt und ruhig fertig zu werden für den Tag. Auch hier muss ich sagen, also ich bin, sobald es mal läuft, ich im Büro bin und so, aber davor, nee, da bin ich schuldig, das ist eine meiner Schwächen, dass ich oftmals dann gehetzt, schnell, hastig, fertig machen muss, weil ich mir nicht genügend Zeit gebe, beziehungsweise, weil ich, wenn der Wecker klingelt, nicht sofort aus dem Bett raus renne, was ich jedem nur empfehlen kann, es zu tun. Ich muss sagen, bei mir ist es so, dieses langsam und entspannt aus dem Bett rauskommen, weil man hat so viel Zeit, das gibt es bei mir nicht. Wenn ich die Zeit habe, dann finde ich eine Million Wege, da Prokrastination und Ablenkung und Dinge rauszustrecken, auch nach dem Aufstehen. Also, bei mir funktioniert alles viel besser, wenn ich Zeitdruck habe, wenn ich weiß, ich mache zack, 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 das, 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 das und dann bin ich raus. Also, das sehe ich tatsächlich gar nicht so. Für mich ist das eher Urlaubsmodus, oh, man geht ganz entspannt und langsam auf dem Bett und startet den Tag ruhig. Sehe ich nicht so. Ich habe einfach bei mir diesen Druck, ich mache mir diesen Druck ganz automatisch, indem ich beispielsweise, was weiß ich, die ersten 20 Minuten, die ich hätte nutzen sollen für A, B, C, meine Routinen, nicht gemacht habe, im Sinne von schleifen gelassen habe und danach ist es Druck quasi, dann drängt es hinter mir die Zeit, damit ich auf meinen ersten Termin pünktlich komme und so und das halte ich auch alles ein, aber dann ist es eben, ich mache mir dann einen selber, einen Druck, weil ich davor getrödelt habe. Drittens, Drink plenty of water. Kian? Finde ich gut. Ist wichtig. Mache ich viel. Du? Nicht genügend, würde ich sagen. Also, komischerweise, wenn wir Podcast haben, dann trinke ich immer Wasser und ich habe hier immer meine Flaschen nebendran stehen, aber ich erwische mich manchmal am Tag, wenn ich einfach die ganze Zeit einen Termin nacheinander, E-Mails, Telefonate und so weiter, dass ich dann merke, oh shit, ich habe entweder seit einer Stunde ein volles Glas, das ich mir eingeschenkt habe oder ich habe ein leeres Glas, wo ich dann nicht mehr nachgeschenkt habe. Also, definitiv etwas, man kann immer mehr Wasser trinken und es ist sehr gut und etwas, wo ich verbessern kann. Punkt Nummer 4, Eat a nutritionist breakfast. Also, esse ein nährstoffreiches Frühstück. Ich selber mache ich gar nicht, weil ich nicht frühstücke. Meine erste Mahlzeit fängt an zwischen 12 und 14 Uhr. Mache ich auch selten, wenn dann nur Proteine und Fette. Ich trinke eher BCAAs am Morgen beziehungsweise nachdem ich mein Limetten-Salzwassergetränk hatte zum Hydrieren. Danach trinke ich BCAAs und dann irgendwann einen Kaffee und dann erst irgendwann Frühstück. Aber das ist dann auch schon wieder mitten des Tages. Also, nee, das macht mich eher langsam. Wenn ich frühstücke direkt, dann fühle ich mich eher so, der Körper verdaut und ich bin noch nicht so richtig angekommen. Also, geht mir genauso. BCAAs nehme ich seit ungefähr drei Wochen. Das war das einzige. Drei Pillen rein und fertig. Fünftens, move your body. Also, bewege deinen Körper. Nicht jeden Tag, aber ich habe einen Fitnesstrainer genommen, der ein absoluter Sadist ist und ich verfluche ihn auch während dem Training. Also, das ist wirklich, das sind Beleidigungsorgien. Aber ich muss sagen, der drischt mich. Montag und Donnerstags, Montag Oberkörper, Donnerstag Unterkörper und seitdem, ich habe zwar nur Dauermuskelkater die ganze Zeit, aber ich merke einfach, wie gut mir das tut, einen festen Termin zu haben, zur festen Zeit, 6 Uhr aufstehen, 7 Uhr im Fitness stehen und mache ich und tut mir extrem gut. Ja, absolut wichtig. Körperliche Bewegung, sei es ein Spaziergang am Tag, das kann schon viel Veränderung ausmachen für Leute, die sich gar nicht bewegen. Training, natürlich noch besser, am besten sogar im Sonnenlicht am Morgen. Ich habe jetzt überlegt, vielleicht mal probeweise morgens frühs Golfen auszuprobieren, weil du dann umgeben bist von Grün, du hast Sonnenlicht, hier zumindest in Dubai und du bewegst sich direkt. Plus, es hat auch nichts mit Muskelkater zu tun. Das heißt, man kann es eigentlich jeden Tag durchziehen. Vielleicht probiere ich das mal demnächst aus. Das wird interessant, das berichtest du bitte, weil da sage ich dir, Golf ist eines der schwierigsten Sportarten der Welt, weil es so krasse Koordination und Tagesform fördert. Also ich bin gespannt, was du da sagst. Da musst du dir selber Geduld lassen. Selbst ein Tiger Woods beispielsweise an schlechten Tagen trifft die Bälle nicht so gut. Also, nächster Punkt, do something you enjoy every day. Mache ich, ich mag meine Arbeit sehr, ich liebe die Dinge, die ich tue, die Challenges, die Projekte und ich versuche immer, selbst wenn ich abends sage, ich gehe jetzt zu einer Massage oder ich gehe zum Sport, darauf freue ich mich und ich mache einfach etwas, worauf ich mich freue. Ganz, ganz wichtig für den eigenen Tag, damit es nochmal so einen extra, ich will nicht sagen Sinn gibt, aber noch so einen extra Punkt, worauf man sich freut. Ich glaube, das machen die meisten unterschwellig mit negativen Dingen. Etwas zu machen, was man genießt, macht eigentlich jeder am Tag. Nur es gibt Menschen, die haben dann Dinge, die einen positiven Einfluss haben auf ihre Zukunft nachhaltig, die sie machen, die sie genießen, die dann zu einer positiven Förderungsschleife führen und dann gibt es Menschen, die machen dann etwas Negatives am Ende des Tages, vielleicht weil sie den ganzen anderen Rest des Tages etwas gemacht haben, was sie nicht mögen und das führt dann zu etwas Negativen. Das heißt, da kann man sich bewusst Habits, Tätigkeiten raussuchen, die nachhaltig positiv auch sind, die man trotzdem genießt. Ja. Plan and prep your day the night before, also plane und präpariere deinen Tag die Nacht davor. Das mache ich wirklich und zwar seit vielen Jahren, ich habe es jetzt in meinem Büro liegen, aber ich habe meinen helfrecht Tagesplaner und dort wird mein gesamter Tagesplan reingeschrieben, Termin nach Termin nach Termin, rechte Seite, linke Seite, die Dinge, die ich allgemein erledigen muss und ohne das wäre ich verloren. Das ist also eines der besten Dinge, die ich überhaupt in meinem Leben mache, um nach wie vor meine Routinen zu halten. Das stimmt auch mit dem nächsten Punkt hier überein. Keep a prioritized to-do list. Für mich auch To-do-Listen und Planung der Tage sind das A und O. Ohne Plan geht gar nichts. Richtig. Und das würde ich auch jedem ans Herz legen. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr steckt fest, wenn ihr das Gefühl habt, ihr wisst nicht, wie es weitergeht, plant das, was ihr macht. Auch wenn es nur kleine Dinge sind, plant sie euch aus und begeht diesen Plan. Und während ihr den Plan begeht und Dinge abhakt, kommen immer neue Dinge dazu und dann befindet ihr euch schon in einer positiven Aufwärtsspirale. Und da ist eigentlich auch die nächsten zwei Punkte, Journal Daily und Visualize. Also Journal Daily wäre wahrscheinlich sowas wie ein Tages, so ein Tagebuch zu führen, denke ich. Mache ich nicht, habe ich noch nie gemacht. Ist sicher eine tolle, interessante Art. Auch zum nächsten Punkt Visualize, also visualisieren. Das geht alles nämlich so mit ein, wenn ich meinen Tag nochmal Revue passieren lasse, visualisiere ich meinen Tag. und da kann ich mich ganz bewusst darauf konzentrieren, was sind die Dinge, die gut gelaufen sind, was sind die Dinge, die schlecht gelaufen sind. Ich fördere die Dinge und gebe dem mehr Energie, was gut gelaufen ist und ich entziehe dem Energie, was schlecht gelaufen ist. Und visualisieren im Allgemeinen hat ja viel mit Glaubenssätzen zu tun. Eines der wichtigsten Dinge überhaupt, sich immer wieder zu visualisieren, was man erreichen möchte und dankbar dafür zu sein, was man hat. Punkt Nummer 12. Set and uphold boundaries around your work times. Ja, also ... Ich glaube, da sind wir beide schuldig, dass wir das wahrscheinlich nicht so gut machen, dass wir unsere Arbeitszeiten dann so einschränken, wie man sie wahrscheinlich einschränken sollte. Aber ja, den Weg haben wir uns ausgesucht, Philipp. So sieht es aus. Und der Preis ist heiß und es ist immer eine Frage, was will ich nachher und bin ich bereit, die Konsequenzen zu nehmen. Punkt Nummer 13. Take a proper lunch break. Like, nope, mach ich auch nicht absolut scheiße bei mir. Wenn es halt irgendwie passt, dann hau ich mir was rein. In keinster Weise gut oder so. Ja, Leute, ihr seht, ich würde sagen, wir sind jetzt schon recht medium erfolgreich in dem, was wir machen, der Kian und ich. Und trotzdem setzen wir nicht alle Punkte um. Das gibt also auch für uns immer Raum zur Verbesserung noch weiterhin. Dann 14. Stretch every 30 to 60 minutes. Nee, das mach ich überhaupt nicht. Das habe ich noch nie gemacht. Das habe ich ein bisschen verwundert, wo ich mir das durchgelesen habe, sich alle 30 bis 60 Minuten zu stretchen. Interesting. Warum nicht? Vor allem, wenn man im Alter voranschreitet, ist das sicher keine unkluge Idee. 15. Spend some time outdoors each day. Mache ich leider auch nicht. Also nicht each day. Doch, das machst du. Du läufst ja, du spazierst doch zu deinem Büro alleine schon. Richtig, okay. Aber das haben viele Leute schon mal gar nicht, Philipp. Es gibt Leute, und da ist auch bei mir teilweise Tage, da bin ich gar nicht draußen. Und das ist immer katastrophal. Da fühlst du dich danach, wie als hätte ich einen Zug überfahren. Richtig. Aber trotzdem sage ich, da bin ich jetzt nicht viel besser, weil ich zwei Minuten von meiner Wohnung ins Büro laufe. Vertrau mir, das macht einen Unterschied. Ja, natürlich, alles macht einen Unterschied. Wenn das irgendwer jetzt hört, hier in diesem Podcast, und der sitzt manchmal zwei, drei Tage einfach nur zu Hause und weiß ich nicht, zockt, lernt oder arbeitet, an jedem Tag, sich auch, wenn es nur fünf Minuten sind, diese Zeit zu nehmen, zu spazieren, macht schon mal einen riesigen Unterschied. Natürlich, im besten Fall ist es mehr, Philipp, aber ich sage dir, es macht einen gewaltigen Unterschied. Klar, ja, kein Widerspruch, recht hast du. Okay, also, Punkt Nummer 16, have a wind-down routine before bed, also habe eine Routine, die dich runterkommen lässt, vor dem Schlafen gehen. Schuldig habe ich teilweise nicht, ja, also, da gibt es tolle Wege, quasi, ein Buch zu lesen, anstatt ins Handy reinzuschauen oder in blaues Licht zu bekommen, bewusst Stunden vorher schon eine Blaulichtbrille aufzusetzen und so weiter und so weiter, sich nicht mehr mit Social Media zu befassen, bevor man schlafen geht. Ich bin teilweise leider, nichts zu essen, vor allem auch ganz wichtig. Nichts zu essen, ja, also, ich futter teilweise, kurz vorm Schlafen gehe noch, weil ich halt einfach keine Zeit hatte davor und ich kann auch sein, dass ich noch wirklich bis zehn Minuten davor, bevor ich ins Bett gehe, mich noch um irgendwelche Arbeitssachen kümmere. Nicht gut, aber ist so. Nächster Punkt, Practice Gratitude. Das mache ich definitiv seit vielen, vielen Jahren. Practice Gratitude bedeutet, trainiere Dankbarkeit. Eines der wichtigsten Dinge, da bin ich so, so dankbar, dass ich das mache, dass ich das für mich erkannt habe, dankbar zu sein, selbst für die kleinsten Dinge, für alles, was man erfährt, dass wir gerade einen geilen Podcast machen dürfen, ich das jede Woche zweimal machen darf, dass wir mega erfolgreich darin sind, dass ich jetzt nachher, was ich eben nachher machen werde, ja, muss ich jetzt auch nicht sagen, auf jeden Fall, dass ich da nachher hingehen darf, wo ich hingehen darf. Es gibt so viele geile Sachen, dass ich überhaupt in der Lage bin, das zu machen, was ich mache. Practice Gratitude, also trainiert eure Dankbarkeit, ist eines der besten und sichersten Wege, erfolgreicher zu werden im Leben. Dann haben wir den nächsten Punkt, Practice Self-Care. Das ist eine ähnliche Sache, also sei gut zu dir selbst. Viele Leute machen sich selbst fertig, beleidigen sich, sind sich selbst keine guten Freunde. Das ist auch das, was da etwas weiter unten steht. Ja, ich denke hier an grundsätzlich, tue dir selbst Gutes. Das ist unglaublich wichtig. Man muss an sich selbst glauben, damit man das umsetzen kann, was man vorhat. Und selbst wenn es manchmal schwierig ist, an sich selbst zu glauben, ist es trotzdem das Fundament von jeglicher Positivität und dem positiven Ding, die man danach macht. Also unglaublich optimistisch in sich selbst zu sein, ist nichts Negatives. Es ist eher etwas Positives, als dass es negative Einflüsse hat. Richtig, genau. Und dann Punkt Nummer 19, Use Affirmations. Das ist genau das. Affirmationen, Glaubenssätze, Ziele. Wenn ich zum Beispiel in meinem Glaubenssätzebuch schreibe, ich bin froh und dankbar, dass ich tolle Ideen habe, dass mein Immunsystem stark und unbezwingbar ist. Das sind Dinge, die sage ich mir selber, damit es genau so ist, damit meine Realität genauso aussieht. Eines der wichtigsten Dinge im Leben überhaupt. Get creative. Sei kreativ, klar. Aber manche Leute sind einfach nicht kreativ. Es muss auch nicht jeder kreativ sein. Da zitiere ich Henry Ford. Du musst nicht alles können. Du musst nur Leute in deinem Umfeld haben, die es können. Und ich kann so viele Dinge nicht. Und deswegen habe ich ein hervorragendes Team in meiner Firma. Analysten, die besser sind. IT-Leute, die besser sind. Writers, also Autoren, die besser sind. Selbst Geschäftsleute, die besser sind als ich. Ich kann mich auf meine Rolle fokussieren, weil ich andere Leute habe, die das können, was ich nicht kann. Und deswegen ist es so wichtig, sich ein gutes, einen nach vorne bringendes Umfeld um sich herum zu schaffen. Und dann das nächste, be your own best friend. Das hatten wir ja gerade schon besprochen, Kian. Jan, bist du gerne auch mal alleine? Philipp, ich bin fast den ganzen Tag nur alleine. Und bei mir ist es so, ich kann mich auch nicht konzentrieren so richtig auf das, was ich mache, wenn ich umgeben bin von zu vielen Personen. Also ich habe absolut kein Problem damit, alleine zu sein. Ich glaube, es ist auch unglaublich wichtig, alleine zu sein. Nicht nur auf die Arbeit bezogen, sondern es gibt viele Menschen, die sind nie komplett alleine mit ihren Gedanken. Sei es irgendwo am Spazieren, mit Handy, mit einer anderen Person oder mit Musik. Nie einfach nur alleine mit den eigenen Gedanken. Das ist unglaublich wichtig. Meditieren, unglaublich wichtig. Das ist eine Art von Meditation. Und die meisten Menschen haben das ausschließlich so als Duschgedanken. Das kennt ja jeder bestimmt, wenn er in der Dusche ist und da ist dann keine Ablenkung. Da hat man die Augen zu, da ist man ganz alleine. Das Einzige, was auf dich passt, ist das Wasser, außer man macht sich jetzt noch Musik an. Und dann kommen diese Duschgedanken zustande. Das passiert öfter, wenn man das selber erzwingt, indem man einfach alleine mit sich selber Zeit verbringt, egal wo. Der Duschgedanke, du teilst deine Gedanken nur mit dem Schwamm. Also ganz klar, du hast recht, deswegen angle ich, weil ich bin dann am See mehrere Tage ganz alleine. Allein sein, extrem wichtig. Wenn du nicht alleine sein kannst, dann stimmt etwas nicht mit dir und das meine ich jetzt gar nicht negativ, sondern dann hast du einen Konflikt, den du nicht rauslassen möchtest, den du verdrängen möchtest, indem du dich die ganze Zeit in der Anwesenheit von anderen Leuten aufhältst, damit dieser Gedanke nicht mit dir zur Konfrontation kommt. Deswegen, um Dinge selbst ausarbeiten zu können, mit sich selbst, mit sich selbst ins Gespräch und in die Lösung zu gehen, ist es wichtig, alleine zu sein. Ja, machen wir die letzten Punkte. User Planner haben wir schon besprochen, ganz, ganz wichtig, kam vorher schon. Declutter, wichtiger Punkt, ist ausräumen. Ja, also immer mal wieder auch sein Umfeld aufräumen, ganz, ganz, für mich unglaublich wichtig. Dann fühle ich mich so befreit danach, wenn ich alles wieder aufgeräumt und geordnet habe, ist für mich super wichtig. Unglaublich wichtig, mache ich auch immer. Ich arbeite nicht, wenn es unaufgeräumt ist. Practice Mindfulness, hatten wir auch schon besprochen, also be mindful, sei klar in Gedanken, lenke dich nicht ab, habe klare Gedanken, wichtig. Take action towards your goals. Ja, natürlich am Ende, wenn du dir deine Ziele aufgeschrieben hast, willst du oder musst du auch, um sie umzusetzen. Es reicht nicht einfach nur, sich die Ziele jeden Tag aufzusagen, sondern du musst dich dann auch in Bewegung setzen, aktiv werden, damit das Unterbewusstsein in die Materialisierung, also in die Entstehung dieses Ziels kommen kann. Dann haben wir noch. Da sind die meisten Menschen heutzutage leider einfach zu übervorbereitet und überinformiert und am Ende machen sie das Wichtigste nicht, was sie eigentlich machen sollten und zwar Handlungen übernehmen, die in die Richtung führen, weil sie dann irgendwie Ängste davor haben, das nicht richtig zu machen. Es ist besser, es zu machen und zu scheitern, als es gar nicht zu machen und immer nur Informationen versuchen aufzusaugen und zu planen. Also setzt einfach oben, auch wenn ihr denkt, dass es zum Scheitern verurteilt ist, macht es einfach. Es hilft euch mehr, als es nicht zu tun. Ganz richtig, ja. Dann haben wir Learn something new everyday. Ja, das haben wir ja schon besprochen. Das sollte man, es ist eine tolle Sache, einfach sich mit einer einzigen neuen Sache jeden Tag zu beschäftigen. Eine Sache zu tun, die man vorher noch nicht getan hat. Das bringt einen unglaublich weiter. Und dann die letzten drei. Look after your health, hatten wir schon besprochen. Wichtig, sich um seine Gesundheit zu kümmern. Je älter wir werden, desto wichtiger wird dieser Punkt, bis er zum wichtigsten Punkt unseres Lebens wird irgendwann. Und dann 29. Connect with others und build up your confidence. Kieran, was machst du, um dein Selbstbewusstsein, wenn es überhaupt noch gesteigert werden kann, täglich aufrecht zu erhalten oder zu steigern? Ich muss sagen, ich mache da nicht wirklich irgendwas proaktiv. Machst du da irgendwas? Ich würde sagen, die Dinge, da tue ich uns jetzt beide mal mit einbeziehen, die Dinge, die wir machen, steigern einfach unser Selbstbewusstsein. Dadurch, dass wir jetzt beispielsweise hier über Dinge sprechen, einfach über Dinge philosophieren, nachdenken, Geschäfte haben, die laufen, connecten, uns in Situationen bringen, die vielleicht auch teilweise unangenehm sind, da durchzuschreiten. Ich würde zum Beispiel sagen, dass dieser ganze Medienrummel unser Selbstbewusstsein am Ende des Tages nur noch deutlich mehr gesteigert hat. Am Anfang war es bedrohlich und dann hat es sich, dann hat es uns gesteigert, weil immer, wenn du durch eine unangenehme Sache hindurchschreitest, fühlst du dich deutlich besser danach. Nicht nur das, mir ist es gerade eingefallen, das Wichtigste, was jeder für sich machen kann, um sein eigenes Selbstbewusstsein zu steigern und aufzubauen, ist das zu tun, was man sich vornimmt. Ich glaube, das ist der Kern von Selbstbewusstsein. Wenn man sich Dinge vornimmt und sie nicht macht, dann kann man kein Selbstbewusstsein haben. Das heißt, nimm dir Dinge vor, die du auch wirklich ausführst und führ die Dinge aus, die du dir vornimmst und wenn du ein Problem damit hast, dann nimm dir eben kleinere Dinge vor, baue so langsam dein Selbstbewusstsein auf und komm in eine positive Spirale von Selbstbewusstsein und dem Machen und Erledigen von deinen Zielen. Jo, Amen, ganz toll gesagt und auch das haben wir jetzt gemacht. Wir haben unsere Aufgaben hier heute erfüllt. Jeder hatte seine drei Tweets. Meiner war jetzt hier leider sehr viel länger, aber ich hoffe, da war für alle was dabei heute. Schreibt das gerne mal in die Kommentare rein, ob euch das gefallen hat, ob wir dieses Format in Zukunft aufrecht erhalten sollen. Kian, war schön. Ich wünsche dir jetzt alles Gute. Bis bald an die ganze Community. Macht's gut und schöne Woche. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao.